Schraffuren zeichnet man in Archicad mit dem Schraffuren-Werkzeug. Meine Werkzeuge liegen in einem Dropdown-Menü. Da ist das Schraffurwerkzeug. Das Dropdown-Menü ist Teil einer selbstgebauten Symbolleiste. Und was ihr auch seht, wenn ich das Werkzeug aktiviert habe, sieht man die Infopalette, die normalerweise oben waagrecht liegt. Hier links senkrecht. Da sieht man deutlich mehr. Wenn ihr euch das interessiert und ihr auch diese Arbeitsumgebung haben möchtet, unten in der Beschreibung gibt es den Download-Link für die Dateien. Dann kann man das installieren bei sich. Ich zeige in einem anderen Video, wie das funktioniert. Jetzt aber zum Thema Schraffuren. Ich kann Schraffuren zeichnen. Es gibt hier links die Geometrie-Methoden. Die kann ich auswählen. Man kann auch die Taste G drücken. Und mit der Taste G wechselt man zwischen den Geometrie-Methoden durch. Übrigens auch während man zeichnet. Also ich nehme jetzt mal die Rechteck-Methode und lege los. Erster Klick. Ich kann jetzt die Taste G drücken. Und ihr seht, dass ich jetzt während des Zeichnens, bevor ich den zweiten Klick setze, die Geometrie-Methode ändern kann. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine polygonale Schraffur zeichnen. Also ein Polygonzug. Ihr wisst, dass man auch gekrümmte Seiten haben kann. Das mache ich jetzt aber nicht. Jetzt hätte ich hier so eine Schraffur. Ich mache das nochmal rückgängig. Ich zeichne jetzt eine rechteckige Schraffur. Und möchte jetzt an dieser Schraffur mal zeigen, was in Eichikat alles so gemacht werden kann. Wenn ich auf diese Schraffur draufklicke, kann ich ändern, wie sie aussieht. Ich drücke die Shift-Taste und dann kann ich draufklicken. Und jetzt seht ihr hier links, da steht Mauerwerk Ziegel. Und es handelt sich um eine sogenannte Zeichnungsschraffur. Es gibt mehrere Kategorien von Schraffuren. Wenn ihr einfach eine Schraffur im Grundrissfenster zeichnen wollt, ist es eigentlich egal, welche Kategorie ihr nehmt. Entscheidend ist, dass ihr eine möglichst große Auswahl an Schraffuren habt. Und die meisten Schraffuren seht ihr, wenn ihr hier links die Schraffurkategorie Zeichnungsschraffur verwendet. Ganz kurz nur, es gibt ein maximales Sortiment von Schraffuren pro Projekt, also pro Datei. Und ihr seht bei den anderen Schraffurkategorien in der Regel immer eine Teilmenge davon. Bei den Schnittschraffuren zum Beispiel sieht man, dass es deutlich weniger sind. Also wie gesagt, eine Teilmenge des an sich vorhandenen Sortiments an Schraffuren. Jetzt habe ich hier verschiedene Schraffuren. Ich kann im Prinzip aussuchen, was ich möchte. Eine der wichtigeren anderen Schraffuren, die es gibt, wenn es darum geht, abstrakte Füllflächen zu bekommen, sind die Mischschraffuren. Da gibt es 0 bis 100%. Nehmen wir mal 100%. Dann haben wir sozusagen eine solide Farbfläche, die von dem sogenannten Vordergrundstift dargestellt wird. Wenn ich den Vordergrundstift auf Rot stelle, habe ich eine rote Fläche. Wenn ich den Vordergrundstift auf Blau stelle, habe ich eine blaue Fläche. Wenn ich jetzt den Vordergrundstift auf Blau stelle und den Hintergrundstift auf eine andere Farbe, nehmen wir mal Rot, dann sehe ich dieses Rot nicht, weil die Mischschraffur, wie der Name sagt, 100% deckend ist. Das heißt, der Vordergrundstift, die Farbe Blau überdeckt alles. Wenn ich jetzt aber 50% wähle, dann seht ihr schon da oben in der Vorschau, wird es violett, weil jetzt sich die Vordergrundfarbe mit der Hintergrundfarbe zu 50% mischt. Es gibt auch die Mischschraffur 0% und dann sieht man logischerweise nur noch den Hintergrund. Das betrifft auch die Schraffuren, wie wir sie normalerweise verstehen, solche schrägen Schraffuren. Die Linien werden vom Vordergrundstift gezeichnet, der Hintergrund von dem Hintergrundstift. Bietet sich in dem Fall also an, entweder den Hintergrund auf Transparent zu stellen oder auf Weiß. Je nachdem, ob diese Schraffur später eine andere Schraffur vielleicht überdecken soll, dann wäre Transparent nicht so gut, sondern Weiß besser. So, ich habe jetzt hier die Linien wieder auf Schwarz gestellt, den Hintergrund auf Weiß in diesem Fall und weiter geht's. Was kann ich noch machen? Wenn ich diese Schraffur ansehe, dann sehe ich, dass die einen Rand hat. Es gibt hier diesen Button, der ist grau. Wenn ich den anklicke, wird er weiß. Jetzt habe ich keine Kontur mehr. Wenn ich also eine Umrandung möchte, muss ich da draufklicken. Ich kann dann auch bestimmen, welche Linie. Das wird in der Regel eine Volllinie sein, aber es gibt natürlich auch andere Linienarten. Und ihr dürft auch hier bestimmen, welche Linienstärke und welche Linienfarbe ihr für die Umrandung haben möchtet. Ihr könnt das natürlich auch einstellen, bevor ihr zeichnet. Ich nehme jetzt mal die Variante gedrehtes Rechteck. Und übernehme die Einstellung dieses Rechtecks, indem ich mit der gedrückten Altstaste da draufklicke. Jetzt zeichne ich hier eine Rechteckseite unter 45 Grad und eine dazu lotrechte Ausdehnung dieses Rechtecks. Und jetzt habe ich hier ein 45 Grad gedrehtes Rechteck mit der gleichen Schraffur. Und was man schon gleich sehen kann, ist, dass es sehr unschön aussieht. Und ich werde das gleich erklären, wie man das ändern kann. Jetzt nochmal zurück zum Ursprungsrechteck. Was kann man noch machen? Archicad kann Schrafuren mit Flächenangabe versehen. Das heißt, ihr könnt hier links unten auf Flächenmaß klicken, mit Flächenmaß. Und jetzt seht ihr, dass dort 60,12 Quadratmeter steht. Das heißt, diese Schraffur nimmt eine Fläche von 60,12 Quadratmetern ein. Ihr könnt auch, wenn ihr eine neue Schraffur zeichnet, diesen Haken hier setzen. Und dann könnt ihr sofort, wenn ihr das Polygon gezeichnet habt, mit dem Hammer sagen, wo diese Flächenangabe sitzen soll. Ihr könnt diese Zahl einzeln anklicken, einzeln bearbeiten. Ihr seht links auf einmal in der Infopalette nicht mehr die Angaben zur Schraffur, sondern zum Text. Ich mache das wieder rückgängig. Ich hatte am Anfang gesagt, es gibt diese Geometrie-Methoden. Polygon, Rechteck gedrehtes Rechteck. Es gibt in Eichigkeit immer noch eine weitere Variante, die nicht dort steht. Nehmen wir an, ihr habt eine geschlossene Linie wie dieses hier. Das ist eine Linie, die mit dem Spline-Werkzeug gezeichnet wurde. Es könnte auch eine beliebige andere Kurve sein. Hauptsache, sie ist geschlossen. Es kann natürlich auch ein Polygon sein, also ein durch gerade Kanten begrenztes Gebilde. Dann könnt ihr das Schraffur-Werkzeug benutzen. Ich klicke mit gedrückter Alt-Taste in eine der vorhandenen Schraffuren hinein. Jetzt ist das Schraffur-Werkzeug wieder aktiv mit den gleichen Einstellungen. Und die Leit-Taste drücken und dann in diesen geschlossenen Linienzug hinein klicken. Und dann wird dieser geschlossene Linienzug mit dieser Schraffur gefüllt. Jetzt geht es hier oben weiter. Ich möchte mal ein paar Bearbeitungsmöglichkeiten zeigen, die eine Schraffur bietet. Wenn man sie ausgewählt hat, nicht nur bei Schraffuren, aber eben auch bei Schraffuren, gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Punkte einzufügen. Das ist sehr oft nötig. Man kann auch Punkte wieder wegnehmen, indem ich zum Beispiel diesen Punkt auf den ziehe. Dann ist der weg. Dann gibt es die Möglichkeit, Kanten zu verschieben mit dieser Option in die eine Richtung oder in alle Richtungen. Es gibt auch die Möglichkeit, neuerdings auf eine Kante zu klicken und die Kante so zu verschieben, dass die Fläche dieser Schraffur gleich bleibt. Logischerweise skaliert ihr dann die Schraffur in der jeweils anderen Richtung. Ich mache nochmal das Flächenmaß da rein. 100,05 Quadratmeter. Wenn ich jetzt diese Kante auf diese Weise verschiebe, dann ändert sich die Geometrie, aber die Fläche bleibt die gleiche. Dann natürlich die Möglichkeit, Seiten auszurunden. Das Ganze geht auch tangential. Ich kann also hier auf diese Funktion klicken und dann hier eine Tangente verwenden als Hilfslinie. Die bezieht sich im Moment auf die angrenzende Kurve an der Oberseite, sodass ich jetzt hier also ganz sicher einen tangentialen Übergang habe. Weiter könnt ihr Schraffuren ergänzen und reduzieren mit den beiden Optionen hier rechts. Einmal ergänzen. Das heißt, ich kann jetzt da draufklicken. Ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Polygon eine weitere Schraffur zeichnen. Archicad ergänzt dann die vorher ausgewählte Ursprungs-Schraffur um diesen Teil. Ich kann genauso gut den Teil auch wieder abziehen oder irgendwas anderes abziehen. Man muss nur da auf eine der Kanten klicken. Jetzt kann ich hier zum Beispiel mit der Rechteckvariante hier etwas raussägen aus dieser Schraffur. Das Ganze funktioniert, was das betrifft, auch leichter. Ich kann einfach irgendwo reinklicken, ein Rechteck zeichnen und dann wird das auch ausgeschnitten. Auf diese Weise kann man auch Löcher in Schraffuren machen. Das kennt ihr vielleicht schon, gibt es beim Deckenwerkzeug und beim Dachwerkzeug genauso. Eine Zusatzfunktion, wenn ich auf einen der Punkte klicke, ist noch die Möglichkeit, die Ecken auszurunden. Da kann man sich einen Radius überlegen. Der muss natürlich passen. Das heißt, er muss also möglicherweise, wenn ich das auf alle vier Ecken anwenden möchte, darf der Radius nicht größer sein als die Hälfte der kürzeren Kante. Sonst funktioniert das nicht. Und dann sieht das Ganze so aus. Das Ganze funktioniert auch für die Öffnung. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich habe vergessen, die Option auf alle Ecken anwenden zu klicken. Das mache ich jetzt. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt komme ich zu dem Problemfall hier rechts oben. Da haben wir eine Schraffur, die theoretisch erst einmal richtig liegt. Aber dadurch, dass die Umrandung dieser Schraffur den gleichen Winkel hat wie die Schraffur, also ihre Hauptkanten, liegen auch in 45 Grad Richtung. Die beiden anderen senkrecht dazu. Sieht das Ganze ausgesprochen komisch aus. Und was wir normalerweise wollen an der Stelle, ist, dass die Schraffur sich jetzt nicht mehr, sagen wir mal, global ausrichtet. Was sie nämlich jetzt tut, sie ist überall gleich, 45 Grad geneigt, sondern dass sie sich bezogen auf dieses gedrehte Rechteck ausrichtet. Und das geht auch in Archicad. Die Schraffur ist zunächst mal global immer gleich. Und die Schraffurflächen zeigen quasi immer einen Ausschnitt davon. Man kann diese Fläche anklicken. Dann sieht man hier, steht auch in der Infopalette Konstruktionsmethode relativ zum Projektursprung. Das bedeutet, die Schraffur ist immer bezogen auf die globale Achsenlage. Ich kann jetzt die Option wählen, relativ zum Schraffurursprung. Damit ist die rechteckige Umrandung gemeint. Und wenn ich das anklicke, dann kommt hier so ein kleiner Drehvektor, den ich hier anfassen kann und drehen kann. Ich kann ihn also irgendwo hindrehen. Natürlich ist es schlau, wenn ich ihn in die Richtung drehe, dieses Rechtecks. In diesem Fall liegt es 45 Grad gedreht. Das heißt, ich kann einfach diese Richtung nehmen. Ich könnte auch, wenn das nicht so wäre, vorher auf diese Kante gehen, damit sich Archicad die als Hilfslinie nimmt. Und dann kann ich mich hier daran ausrichten. Und jetzt liegt die Schraffur quasi richtig bezogen auf die gedrehte Position dieser Fläche. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt es auch in zwei Richtungen drehen, eine Schraffur. Und vor allen Dingen auch mit der Länge des Vektors spielen, sodass ihr eine Verzerrung der Schraffur bekommt. Noch eine Sache zum Schluss. 2D-Elemente können sich überlagern. Und wenn sie das tun, möchtet ihr vielleicht die Reihenfolge ändern. Nehmen wir mal an, dass diese beiden Rechteckflächen über dem blauen liegen sollen. Die blaue Fläche ist jetzt aber im Vordergrund, ganz offensichtlich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder verfrachte ich diese blaue Fläche nach hinten oder die beiden anderen nach vorne. Das Einfachste ist natürlich, ich sorge dafür, dass diese blaue Fläche in den Hintergrund kommt. Dazu muss ich sie anklicken. Rechte Maustaste. Reihenfolge der Darstellung. In den Hintergrund. Jetzt liegt die blaue Fläche ganz klar im Hintergrund. Das war das Kommando. Das Resultat ist jetzt zweierlei. Wir haben hier eine Schraffur, die überdeckt das Ganze. Und hier haben wir eine Schraffur, die überdeckt das Ganze nicht. Das ist jetzt deswegen so, weil diese Schraffur einen transparenten Hintergrund hat. Und wenn ich den jetzt auf weiß schalte, dann würde diese Schraffur auch diese blaue Fläche überlagern. Wenn jetzt diese Fläche auch noch die rechte Fläche schneidet, dann ist die Frage, wer ist jetzt der Boss bei dem Ganzen? Ich gebe dir mal eine Mischschraffur. Auch 100 Prozent. Und die bekommt eine andere Farbe. Nehmen wir mal einen Orange. Und ich möchte jetzt, dass diese Fläche dazwischen liegt. Zwischen den beiden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das schrittweise zu machen. Reihenfolge der Darstellung nach hinten. Jetzt seht ihr, dass die Schraffur hinter dieser gelben liegt. Aber leider auch hinter der blauen. Deswegen muss ich die blaue jetzt nochmal weiter nach hinten bewegen. Reihenfolge der Darstellung nach hinten. Und jetzt ist die blaue ganz hinten. Meine Erfahrung ist an der Stelle, wenn ihr mehrere Schraffuren habt, die sich überlagern, fummelt einfach so lange daran herum, bis es stimmt. Ihr könnt also entweder die Dinge auf einen Schlag nach vorne oder nach hinten holen. Oder eben schrittweise. Das habt ihr gerade im Kontextmenü gesehen. Soweit erstmal zu den Basics, wie man Schraffuren zeichnet und was man mit ihnen anstellen kann. In den folgenden Tutorials geht es dann darum, wie man Schraffuren tatsächlich bearbeiten kann, dass sie anders aussehen. Und wie man vor allen Dingen auch eigene Schraffuren machen kann. Und an welchen Stellen in Archicad und in einem BIM-Projekt ihr überhaupt Schraffuren benutzen könnt. Denn es geht natürlich an wesentlich mehr Stellen als nur im 2D-Fenster. Schraffuren 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 Schraffuren